Das ist, das wirst du jetzt vielleicht nicht schaffen. Oh, Hieranimo! Okay. Digga, das trau ich mir nicht. Das ist viel zu hoch, Mann. Dir kann da nichts passieren. Außer, dass jemand auf mich schießt. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wünsche ich euch. Ich wünsche einen wunderschönen vierten Advent. Die Sonne scheint draußen. Piep, piep, piep. Ich habe Hartz IV. Oh, ich sollte mal... Hä? Okay. Pass auf, hinter dir sind sie. Pass auf! Nein, just kidding. Yo. Ich will deinen Are You Serious Blick endlich sehen. Ich mache das jetzt in jeder Folge, bis du den bringst. Nein, ich bring den nicht in den Folgen. Warum? Weil ich keinen Bock habe und ich kann nicht racken. Brauchst du was zu essen? Ja. Toll. Jetzt sind wir fast out of Essen, ne? Ja, so wie immer. Ist doch gut. Egal, was man wie macht, das Essen ist... Ich meine, wir sind ja auch bei 100. Oh ja, oh, oh, oh. Oh, geil. Lol. Okay, nee, doch nicht. Warte, was hast du hier gedacht? Wenn Schafe Essen droppen könnten, ne? Ich sag ja, wir müssen in 1-8 spielen. Ja. Meine Rede. Das hab ich gesagt. Okay. Das wirst du jetzt vielleicht nicht schaffen. Aber Hieranimo! Okay. Digga, das trau ich mich nicht. Das ist viel zu hoch, Mann. Dir kann da nichts passieren. Außer, dass jemand auf mich schießt. Das war ich. Ich wollte ihn hier in der Luft retten. Aber du hast... Du hast aber gelegt. Ja, siehst du mal. Okay, komm, Bruder. Magermilch ist das Allerbeste. Was hast du mit Magermilch, Digga? Warum immer? Das sag ich gerade das erste Mal. Ich hab Digga gesagt. Ich meine, was hast du mit Magermilch, Digga? Mir doch egal. Digga. Dick Johnson. Dick Johnson, kunt klitt. Lass außen rumgehen. Penis, Penis, fotze, fotze. Was für Ausnahmen. Hier lang. Ich hab so Angst, dass wir irgendwie... Oh, ja, Alex. Ja, mir doch egal. Sterb mal halt. Ich will... Nein. Lolo, kein Bock mehr auf das Projekt. So eine Scheiße, ey. Nur gehatet wird man hier für so eine Scheiß-Allianz, die eigentlich voll sozial ist. Ja. Nochmal so für alle, wenn ihr jetzt ohne Grund dieses Video disliket. Nein. Dominik wollte das gegen uns vier kämpfen. Ja, der Vorschlag kam ja sogar von ihm. Jo. Wir wollten... Wir haben die Allianz nur gegründet gehabt, weil wir... Ich meine... Aber ich meine... Also jetzt nichts gegen die Leute, die nichts schreiben, ne? Aber die Leute, die in den Kommentaren schreiben, dass wir asozial und dumm und behindert sind und zu feige sind, ne? Wie dumm seid ihr eigentlich im Kopf? Tut mir leid, das muss sich jetzt gerade mal loswerden. Das geht jetzt nur an meine Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst. Mich fuckt das einfach ab. Mich fuckt das einfach ab, dass die Leute zu dumm sind, zu verstehen. Dummchip, 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 Dummchip. Dumm, dass die Leute zu dumm sind, zu verstehen. Du musst einmal aus dem Wasser raus, kurz, ne? Ja, ja, schon. Mich fuckt das ab, dass die Leute zu dumm sind, zum Verstehen, dass... ähm... Domse... Play, also der YouTuber, der das hier veranstaltet, das Problem ist aber, das haben wir nie gesagt. Doch, ich habe das extra in dem Video gesagt, dass er wollte, dass wir gegen ihn kämpfen. Ich habe das nicht gesagt. Und irgendwie ist dieser Wasserfall hier extrem komisch. Ja. Ach nee, okay, gut. Ach nee, ich wollte ihn gerade zumachen, aber das wäre doof gewesen. Ich kann ihn, ich kann ihn spawnen sehen, Brudi. Ich kann ihn spawnen sehen. Ja, cool. Was ist hier los? Warum hört der hier mittendrin auf? Hier sind nur Schafe. Also da hinten ist der Spawn, mein wunderschöner Spawn, den ich gebaut habe. Okay, haben wir alles zusammengebaut. Mhm. Ne, guck mal, was ich gerade noch sagen wollte. So an sich, das Vierer-Ding, das ist schon ein bisschen asozial so. Aber, wir haben das ja echt nur gemacht, um zu farmen. Das war ja eigentlich unser Plan am Anfang. Und, äh, dann wieder geht's von der Wege zu gehen. Ja, ja. Ja, und als Dominik halt das mitbekommen hatte, was natürlich auch nicht schwer war, weil ihr ihm ja die Kommentare voll gespammt habt damit, dann, ähm, da oben ist die Base, die alte Base von Durlid und Sparage. Lass mal da reingehen. Ähm. Mann, ey. Vielleicht finden wir da Essen oder so. Lass mal zum Spawn gehen, ein bisschen, ein bisschen Leute treffen. Ich würde aber gerne essen. Ich habe nur noch zwei Chickens. Oh, pass auf, lass hier links am Rand, oh, vorsichtig. Ich glaube, ich glaube, du fällst runter, oder? Was? Warum denn? Vorsichtig. Wenn du recht lang fällst, stirbst du, ne? Oh, ich bin stolz auf dich. Dieser Teuchel nervt. Digga, du nervst. Nein, jetzt, wir waren immer noch nicht fertig. Ja, genau. Auf jeden Fall, Domse hat dann gesagt, so, hey, Wenn ihr eh schon dabei seid, können wir auch alle zusammen kämpfen. So. behaltet eure Allianz, das wird spannend, das gefällt den Leuten bestimmt. Und ich habe da schon gesagt, das wird Hate nach sich ziehen, aber gut, wir dachten halt, hey, könnte was Lustiges werden. Für uns war es lustig, weil, das waren an sich. Witzigsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Ja. So, kurz gesagt. Ja. Und es riecht übel nach Essen. Pass auf, hier sind überall Löcher, wo du reinfallen kannst. Was, hier riecht es übel nach Essen? Was, was lames so? Ja, also, meine Eltern kochen. Minecraft hat doch kein, Minecraft hat doch keinen Geruch. Doch, ich habe Minecraft mit Geruchssinn. Ah. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Jetzt sneaken, komm. Das bringt doch nichts, aber wenn wir am Spawn sneaken. Warum nicht? Weil die Gegners, hier sind keine Gegners. Wir müssen dann, wenn nach rechts ablaufen. Woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Guck mal, da oben ist unser Kreuz noch. Lass uns zu dem Kreuz laufen. Was für ein Kreuz, Digga. Rechts von dem Baum da hinten. Oh Gott. Ich habe die Panzerschreck, ne? Ja, ja. Ich schieße damit auf jeden, ich werde auf jeden Fall nicht so wie Sparage damit umgehen und daneben schießen. Das will ich sehen. Oder wollen wir nochmal in unsere alte Richtung und gucken, ob da wieder die Speine gespawnt sind? Das wäre mir sogar gerade wichtiger. Ich habe kein Essen mehr, Alex. Ja, scheiß drauf, Essen brauchen wir nicht. Was, was ist denn los mit dir? Ich habe einen Todeswunsch, verstehe ich? Ja, dann geh vor und ich geh mir essen und bei meinem Glück sterbe ich dann und du überlebst. Können wir schon machen. Also, wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Ja gut, dann gehen wir in die Richtung. Komm. Ach so, halt. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja. You're a fucking retarded, bro. Digga, du bist retarded. Julia Roberts. Ah ja. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin unten. Wie? Wo unten? Ich bin jetzt da, da wo wir das erste Mal lang gelaufen sind. Ja. Ja, da habe ich schon gesehen. Wer hat da abgebaut? Ich bin runtergefallen gerade. Ich habe was gegessen. Nein. Meine Mutter ruft mich, aber wir nehmen gerade auf, deswegen. Nö. Marcel! Ja, genau, so hört sich das dann an. Komm zum Essen! Aber, das ist ja nicht so, dass ich ihr das vor, äh, ungefähr einer halbe Stunde, äh, vor einer Stunde gesagt habe, dass wir aufnehmen, Boah, da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner, Digga. Also, du. Ach so. Ich dachte, das wäre klar. Zombie, hallo. Oh. Hallo. Du? Na klar. Mir war es auch klar, dass ich das nicht war. Äh, dass ich das war. Ich gemeint war. Genau. Guck mal, Spine. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hä? Komm mal da zurück, wo du eben gesagt hast, äh. Da, ich sehe dich. Ach da. Was ist das? Was ist das? Jetzt ist Schluss mit lustig, Alex, ne? Jetzt geht's los. Jetzt ist der. Ich habe nur noch einen Chicken. Das heißt, wir verhungern gleich wieder, ne? Mhm. Ich habe noch meinen Goldapfel. Ja, den verbrauche ich doch nicht. Doch. Am Arsch. Am Uranus. Ja, dann verbrauche ich ihn halt am Arsch. Ess ihn damit. Das geht bestimmt auch. Sonst müssen wir gleich, äh, eine Farm basteln hier irgendwo. Creeper, Creeper, da, 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 da. Siehst du? Der hat Cheese Pulver gedroppt. Komm, gibst du es mir? Dann hast du einen Inventarplatz weiter frei. Ich habe voll viel noch frei. Ja, ich nicht. Ja, komm, gönn dir. Danke. Und mein letztes Chicken wird jetzt gegessen. Also hier sind auf jeden Fall, die Schweine ist letztes Mal gewesen. Yo, ich nehme jetzt auf, ich nehme jetzt versuche ein paar Seeds mitzunehmen, ne? Nein. Ach man, Maus, was ist schon los mit dir? Aber du darfst mich nächstes Mal nur nicht aus, wieder aus dem, wenn wir kämpfen, nicht wieder anschießen, ne? Doch, klar, immer. Ich habe vier Seeds und du? Ich habe, keine Ahnung, ein, zwei. Dein Mischen Zombie. Ich fick den mal. Yo, ich fick den ganz kurz. Wenn ich mal treffen würde. Ja, dass du nicht triffst, weiß ich. Halt die Schnauze. Halt deine blöde Schnauze. Wir halten uns mit verrottetem Fleisch überm Leben, über Wasser. Mhm, überm Leben, alles klar. So kommst du? Wo bist du überhaupt? Am Wasser. Was für ein Wasser? Da, wo du den Zombie eben getötet hast, da bin ich jetzt. Mhm. Ach, da oben bist du, okay. Das bist du gar nicht? Nein, schaust. So. Was hast du denn vor? Essen suchen. Wow, 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 wow. Halt die Fresse. Du scheiß ADHS-Hund. Hey, da ist unsere alte Base. Hört mal, Ja. Gut, ich möge mich mal. Also unsere Baum, wir können durch den Wald von unserer Baum-Base gehen, vielleicht ist da unten irgendwas, komm. Oh, Mann, Mann, Mann. Ach nee, hier ist gar nicht unsere Baum-Base, da hinten ist unsere alte, Base, okay. Kannst du dich mal wieder entmuten? Scheiß doch auf den Kack-Hund, ist doch völlig egal. Nein, das stört mich aber, und ich konnte voll über dich lächtern jetzt. Ich nehme hier drei Skelette mit. Ich habe übrigens nur noch drei Essen. Ja, warte, ich will jetzt hier die ganzen Knochen mitnehmen für Knochenmehl, weißt du? Naja, mhm, mhm, so. Ähm. Klar, Brodi. Wie viel Knochen hast du? Kommt du mit? Äh, äh, ich glaube gar keine, ne. Ja, das ist doch scheiße, dass wir schon wieder hier Hunger verrecken. Ja, du siehst das halt. Laufsambie hinter dir, ne? Ich weiß. Ich ficke ihn. Ja, gut gemacht. Nimm das Fleisch und iss das. Nimm das Fleisch und iss das. Das hat mir nicht dir weh zu tun, Alex. Bitte. Wer, wer bist du? Ich? Ja, wer bist du? Ich bin dein Anus. Mein Anus? Wirklich? Ja. Okay. So, falls es für alle, die sich wundern, warum sprintest du nicht mehr? Ähm, weil ich gerade keinen Bock habe, mehr Essen zu verlieren, mehr, mehr Hunger zu verlieren. Zambie, 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 Zambie. Oh, hör bitte auf, andere YouTuber zu erwähnen, ja? Tue ich nicht. Das kann doch nicht schon wieder sein, Alex. Gehen wir mal in die Richtung hier. Komm mal bitte mit ans, ey, Alex. Nein. Wo bist du? Hier. Komm mit, ich muss ans Wasser. Wir verpissen uns jetzt von der Base. Ich will trotzdem Wasser, ans Wasser, ans Wasser. Ja, wir verpissen uns trotzdem von unseren Bases. Ähm, kannst du mal bitte die Craftingbox aufstellen? Ich hab die nicht. Die hast du. Ich hab die nicht. Ich hab gesagt, du sollst die abbauen. Dann solltest du einmal was machen, ne? Meine Fresse, ohne Witz mit dir kann man nicht arbeiten. Ja, ja. Leck mir am Arsch. Huh? Ach ja, scheiße, wir brauchen Fackeln. Also, wir sind jetzt hier sehr auffällig. Hab ich das Gefühl? Nö, gar nicht. Null, nada, niente. Guck, ähm, du hältst Ausschau und ich versuche hier, also, ich kümmere mich hier um das Brot, ähm, und du kümmerst dich hier um das, äh, um? Ja, um Ausschau. Ja, ja. Alles easy per. Ich hab kein Knochenmehl. Hast du noch Knochen? Nö, nö. Dann haben wir drei Boote. Eins für dich. Ja, cool. So. Ja, ist zwar immer noch nicht ganz voll, aber, naja. Ja, meins auch nicht. Ich kann ja auch nichts hören. Ah doch, ich bin voll, gerade eben noch so. Hm. So. Ja, dann lass mal weggehen. Ja, ich würde sagen, also, was am schnellsten halt geht, sind Pilzsucken. Das sind aber hier, nimm mal ein paar von den Pilzen mit, Da ist ein Creeper. Da ist ein Hexe, Brudi. Sie hat mich, sie hat daneben geworfen. Hier sind übrigens 2000 Creeper, ne? Ja. Ich hab 10 Schießpulver. Auch geil. Läuft bei dir. Brudi. Apfel, 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 hier ist eine Crafting Box, unsere alte. Ja, jetzt lass mal verpissen hier. Ja. Ich hab, jetzt hab ich ein, elf Schießpulver, also, jetzt haben wir grad ordentlich Schießpulver hier. So, wir haben schon wieder in die Höhle, ich würde gerne Eisen für Magazine holen. Hä, wir haben doch Eisen. Hallo. Das war knapp. Ich hab doch Eisen. Wie viel hast du denn? Ich hab 17. Ich hab 17 noch. Ja, so viel ist das auch nicht, ja. Ja, aber trotzdem haben wir noch. Mann, 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 die Folge ist eh gleich vorbei. Und, ähm, so, naja, wo sind, wo sind, Mute dich kurz. Wo sind, wo sind, Hä, Digga, wo sind, So, schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal auf der Hungersuche. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.